Die Amazon Echos sind allesamt reduziert worden. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Amazon hat es wieder getan, pünktlich zum Release des neuen Amazon Echo Show 15. Hat Amazon drastisch die Preise für alle bestehenden Amazon Echo Modelle gesenkt. Zumindest fast alle Modelle, welche ihr derzeit günstiger bekommt, das schauen wir uns in diesem Video einmal zusammen an. Kleiner Hintergrund von vorhinein. Das kennen wir schon von Amazon, denn natürlich haben die das schon öfter gemacht bei einem großen Release. Zuletzt natürlich beim Echo Show 10, dass hier die Preise purzeln. Das kündigt zumal auch meist noch eine Änderung der Produktlinie an. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass uns in dem einen oder anderen Amazon Segment bei der Echo Reihe neue Produkte in Zukunft erwarten. Wenn ja, welche Produkte würdet ihr euch mit einem Facelift wünschen oder gar in einer komplett neuen Version? Vielleicht einen Echo Show 5 mit kleinem wandhängendem Display oder beispielsweise drehbare Displays bei den kleineren Show Modellen? Oder vielleicht einen Revival vom Echo Spot? Schreibt ihr das alles mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt darauf, was ihr euch so von der Amazon Produktserie wünscht. Die Amazon Echos sind allesamt reduziert worden. Zumindest fast alle. Denn wenn wir uns bei Amazon einmal umschauen, dann sehen wir tatsächlich, die Preise sind gepurzelt. Ganz deutlich wird das beispielsweise bei den Echo Dot Modellen. Hier kostet die vierte Generation ja standardmäßig um die 60 Euro. Mittlerweile reduziert standardmäßig um die 50. Bekommt ihr derzeit für 35 Euro. Und damit ist noch nicht Schluss. Denn der Echo Dot der dritten Generation beispielsweise ist ebenfalls reduziert. Hier jetzt auf 30 Euro. Auch sehr, sehr stark. Wer sich ein Amazon Echo mit Smart Home Hub zulegen möchte, der sollte vielleicht zum vierten Gen Echo greifen. Der hat, wie gesagt, diesen integrierten Smart Home Hub. Standardpreis hier 100 Euro. Jetzt auf 80 Euro reduziert. Möchtet ihr lieber beispielsweise einen Dot haben mit Uhr? Bekommt ihr den jetzt für 45 Euro anstelle von 70 Euro. Auch die Show Displays sind reduziert worden. Unter anderem der Echo Show 8. Den gibt es normalerweise nicht unter 100 Euro. Eigentlich eher Richtung 130. Bekommt ihr jetzt für 95 oder den gerade auch angesprochenen Echo Show 5. Der kostet standardmäßig in der 2021er Version zumindest einmal 85 Euro. Und auch den gibt es jetzt für 55 Euro. Ihr merkt, es ist super viel passiert. Sehr, sehr viele Preise sind hier gepurzelt. Um euch nochmal einen Überblick zu verschaffen, habe ich euch alle reduzierten Modelle einmal in die Infobox gestellt. Dort gibt es dann auch nochmal alle technischen Details. Wenn ihr Fragen zu den Modellen habt oder ihr wünscht euch noch spezifischere Angaben, gerne einfach alles in die Kommentare schreiben. Ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Bis dann hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne hier auf YouTube ein Abo da. Aber ich würde mich unfassbar freuen, natürlich dementsprechend, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Bleibt gesund, Leute. Passt auf euch auf und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.